Untertitelung des ZDF, 2020 Er muss sich nicht mehr um das Parken selber kümmern. Wenn er zurückkommt, sein Ding erledigt hat aus dem Business oder Einkaufen, was auch immer, setzt er eine Anforderung ab, während er noch ins Parkhaus geht, bekommt das Fahrzeug am Eingang quasi und Ausgang vom Parkhaus sehr bequem und kann es in Empfang nehmen, steigt ein und fährt wieder raus. Und was wir hier zeigen, ist, ist es goreisch. Vielen Dank.